Grüßt euch ihr Lieben hier vom 11. German Rum Festival in Berlin in der Station. Ich bin der Marius von Don Papa Rum, darf mich Brand Ambassador nennen. Ich freue mich heute hier zu sein und zeige euch einmal, was wir heute dabei haben. Und zwar haben wir bei uns hier beim Rumfest den neuen Don Papa Barocco. Weich, mild, ein bisschen verspielter, ein bisschen fruchtiger. Wir haben unsere neue Rezeptur von Don Papa 7 dabei. Bisschen im Zucker reduziert, dadurch trockener, holziger, ein bisschen kerniger und kräftiger. Wir haben als Special Edition den Don Papa Rye-Aged Rum, 45 Volumenprozent, 4 Jahre straight in Rye-Fässern gelagert. Komplett ungesüßt, sehr kerniger, kräftiger Rum mit Noten von amerikanischen Whisky, Roggen, Brot und Getreide. Und als Messe-Special noch unser Tasting-Set. Da haben wir drin den Sherry-Cast, den 7er und den 10er. Einfach mal in Probiergrößen, falls man nicht immer eine große nehmen will, kann man sich da mal durchtesten. Ja, ich wünsche euch viel Spaß noch weiter beim Zugucken und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr dann direkt hier bei Don Papa. Danke ihr Lieben! Danke!